So, hier gibt es mal eine Skriptvorstellung und zwar ist das ein Skript von Runa, welches mal wieder absolut top ist und ich muss dazu sagen, es gibt glaube ich momentan noch so 2-3 Errors, ich meine es sind glaube ich keine kompletten kritischen Errors, die jetzt hier alles kaputt machen würden, aber ich denke mal auf alle Fälle, man kann es auf alle Fälle mal nutzen, man kann es zeigen und vielleicht schafft es auch Runa das Ganze noch zu fixen, ich glaube es sind 6 Errors und Ich glaube 3 oder 4 davon waren irgendwas mit Play Sound, also ich denke mal das ist nicht so dramatisch. Okay, dieses Skript ist wirklich groß und umfangreich und es braucht auch einige Addons. Was es kann ist, es sind Rezepte, also hier mein Skript um Rezepte zu machen. Warum das Ganze überhaupt, es gibt ja momentan, oder es gibt generell die Möglichkeit, dass man jetzt auch Rezepte mit super simplen Methoden ins Skript machen kann. Es funktioniert, allerdings ist es nicht, also ich glaube die Performance leidet irgendwie ziemlich drunter seit der Version, ich weiß nicht mehr, 1.13 oder so. Also es ist halt nicht mehr so cool wie es früher eben war und deswegen hat Runa scheinbar einen riesen Skript geschrieben, was das Ganze scheinbar anders macht oder anders löst. Und ja, wir werden hier auch gar nicht so ganz ins Detail gehen. Ich meine, es seht ihr schon, das Skript ist wirklich a. kompliziert und b. auch wirklich super umfangreich. Ich meine, es ist meistens hier mit Script Mirror gemacht und ja, da brauchen wir jetzt nicht so übertrieben krass drauf eingehen. Ich muss sagen, Script Mirror habe ich auch noch nicht so ganz drin, beziehungsweise ich bin da noch ganz am Anfang und deswegen kann ich jetzt auch nicht so wirklich viel dazu sagen. Okay, mit was es startet, ist auf alle Fälle mit Slash Rezepte. Rezepte. Und man bekommt erstmal so ein Menü, wo man hier verschiedene Sachen wählen kann. Das sind zum Beispiel Shaped oder Shaped Rezepte, also die normalen Crafting Rezepte. Ofen Rezepte, Smoker Rezepte. Ich habe gehört, es gibt einen Smoker, ich habe keine Ahnung, was es ist. Kämpfer Rezepte, Stone Cutter Rezepte. Habe ich auch keine Ahnung, was es ist. Ich bin ein 1.4 Spieler, sorry. Okay, und Auflisten. Was sind Auflisten drin? Wahrscheinlich alle Rezepte, die es ansonsten gibt. Okay, ich würde sagen, wir machen, achso, wir brauchen erstmal ein paar Items vielleicht zum Rezept erstellen. Wir nutzen zum Beispiel, machen wir mal zum Beispiel hier Cobblestone, dann will ich immer noch Stone haben, hier zum Beispiel Stone Bricks. Machen wir mal ein Rezept. Shaped oder unshaped? Shapeless. Unbreaking 1. Okay, das ist glaube ich nicht ganz richtig. Shaped. Achso. Ah ja, okay. Ich denke, wir müssen das Unbreaking 1 normalerweise nicht angezeigt werden. Okay, aber das ist nicht schlimm. Wir machen das ganze Shaped, das heißt, dass man es in jeder beliebigen Reihenfolge anordnen kann. Und wenn ich zum Beispiel hier vier Cobblestones zu vier Stone Bricks machen. ID. Um ein ID zu erstellen. Oh, okay. Ja gut. Und man kann es auch ohne ID machen. Ich gehe mal kurz in Gamewood 1 und gehe mal herauf. Wir befinden uns aktuell in einem Dungeon, den wir aktuell auf Vector MC haben. Der übrigens gar nicht mehr hässlich ist. So, Rezeptor. So, das ganze machen wir noch mal schnell neu. Wir machen das ganze auf Shapedless. Wir machen hier vier Steiner. Das rauskommen. Gruppe ID. Ich glaube, das brauchen wir nicht immer. Geben wir auf Bestätigen. Okay. Dann geben wir kurz nochmal rein und misch Rezepte. Auflisten. Vier Stone Bricks sind da drin. Genau. Man kann es hier rausnehmen, aber ich denke, das ist relativ egal. Beziehungsweise, vielleicht kann man es auch löschen damit. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall mal ein Crafting Table. Und rein theoretisch. Also ich habe gehört, man sollte, glaube ich, den Server für restarten. Okay. Ich denke auch mal, dass es nicht nur eine Empfehlung war, sondern dass es eher gemacht werden muss. Okay. Ich habe schon den Server restarted. Schauen, ob das Ganze funktioniert. So, brauchen wir das hier. Und es funktioniert. Einwandfrei. Genau. Also, wie schon angekündigt, beziehungsweise wie Ruder schon gesagt hat, braucht eben den Server Restart. um das Ganze übernehmen zu lassen. Ich weiß nicht genau, warum. Kann ich euch nicht beantworten. Aber, ähm. Ja. Es ist dann einfach so. Hinterfragen wir es einfach mal nicht. Rezept Messages. Ich weiß gar nicht genau. Rezepte. Interne. Okay. Keine Ahnung, was das da ist. Die Frage ist natürlich, wo das Ganze gerade gespeichert wird. Denn man braucht hier ein paar, ähm, ein paar Addons dafür. Und zwar, was man dafür braucht, ist folgendes. Wir brauchen, ähm, mhm, 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 mhm. Protocol Lab, eventuell. Bin mir nicht sicher. Beziehungsweise war er sich nicht sicher. Wir brauchen Skabi. Wir brauchen Skript natürlich. Wir brauchen Skript Mirror. Wir brauchen Skript YAML. Und wir brauchen ein Dead Packet Addon. Genau. Das sind diese vier oder fünf, äh, Addons, die man braucht. Und, ähm, so funktioniert das Ganze dann. Jetzt können wir mal schnell schauen. Äh, Rezepte. Was wir noch machen können. Wir könnten zum Beispiel, was ist ein Stonecut? Ich weiß jetzt nicht mehr, was ein Stonecut ist. Das ist das Problem. Problem. Vielleicht kann man irgendwie sowas machen. Habe ich keine Ahnung. Achso, jetzt muss ein Server wieder neu starten. Das ist blöd. Ja, gut, okay. Das ist natürlich jetzt gerade für ein, für ein, äh, Tutorial jetzt nicht ganz so, oder für ein, äh, für ein Vorzeigeding ist nicht ganz so ideal. Aber, natürlich, wenn man jetzt das Ganze dann, äh, selbst macht, beziehungsweise selbst nutzt, ist es natürlich, äh, nicht so dramatisch, weil man das Ganze in der Regel dann alles auf einem, auf einem Schlag macht. Genau. Ähm, hier sieht man es auch mit diesem Unbreaking Eye Schirm. Ich glaube, man kann einfach auch ein Glowing Item machen. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur für eine ältere Version gemacht. Aber, ja, ich meine, das Skript ist wirklich, das ist wirklich cool gemacht. Und ich meine, es ist auch wirklich so userfreundlich, oder benutzerfreundlich. Also ich meine, du musst keine Ahnung hiervon haben, oder du musst sie nicht mehr als Skript verstehen. Du kannst das halt wirklich inge machen. Du musst, das ist einfach angenehm. Kann man wirklich was sagen. Und, äh, ja, also das Skript gefällt mir. Schreib mir gerne eure Meinung dazu. Und, ähm, ich werde es definitiv hier auf Vector MC nutzen. Ich bin mir noch nicht genau sicher für was. Aber, ich glaube, da, äh, findet sich schon auf alle Fälle was. Und, genau. Falls ihr vorbeischauen wollt, ich bin immer ein Profi, der in die falschen, äh, IP-Adressen, äh, falschen IP-Adressen. Die falschen, äh, Server-Adressen, äh, zu zeigen. Und deswegen hier nochmal genau, falls ihr draufstehen wollt. Und, ja, das war's im Prinzip schon mit dem, äh, angespielt würde ich gerade so sagen. Mit dem Tutorial ist eigentlich auch falsch. Mit dem, mit der Skript Vorstellung. So ist es richtig. Und, ja, tolles Skript. Download das wieder immer unten in der Beschreibung. Denkt an die vier oder fünf Plugins, äh, die ihr braucht. Und ich schreibe nochmal Runa an, ob ihr das vielleicht fixen kann. Das heißt, die neueste Version, beziehungsweise die aktuelle, äh, die aktuelle Version ist immer im Download. Falls heute nicht funktioniert, probier's morgen nochmal. Und, genau. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.